Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode von Everything Fiber. Schön, dass du wieder da bist. Und für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Christina. Ich komme aus Österreich und bei mir hier dreht sich alles rund um Fasern. Ich stricke, ich häkle, ich webe, ich färbe und ich spinne auch auf meinem Spinnrad. Ja, heute wieder eine unter Anführungszeichen normale Folge. Letzte Woche war ich ja im Skiurlaub, der war sehr entspannend. Also schneetechnisch, ja, für mich war es okay. Ich bin mit dem Hund spazieren gegangen, also ich fahre nicht Ski. Der Hund fährt mit und es muss jemand auf den Hund aufpassen. Aber oben, also von Tal zur Mittelstation, beziehungsweise ab der Mittelstation war Winter Wonderland. Also Schneelage war gut. Ja, für mich entspannend mit dem Hund spazieren gehen. Ich konnte viel stricken. Ich habe mir ein paar Stricksachen mitgenommen, beziehungsweise nur ein Projekt, das zeige ich euch gleich. Ja, fangen wir gleich an. Und zwar, mein erstes Projekt, das ich eben, wie gesagt, im Skiurlaub mitgehabt habe, ist, ich habe da drüben einen Schummelzettel, damit ich das ablesen kann, was das ist, das Uma-Cape von AE-Gyonit. Ich hoffe, das spricht man richtig aus. Ich bin fast fertig, es sieht so aus inzwischen. Also es wird von oben nach unten gestrickt. Das ist so eine Weste, die vorne überlappendes, also sie ist nicht als ein Stück gestrickt, sondern vorne offen und das überlappt. Das Stricken ist, ja, lustig zum Stricken beim Anfang. Also man fängt mit dem Kragen hier oben an und wenn man mit dem Bündchen fertig ist, dann nimmt man mit einer Nadel unter dem vorderen Teil weitere Maschen auf und man strickt dann am Anfang quasi in einer Spirale. Normalerweise mit einer Rundstricknadel. Ich habe es aber nicht geschafft, das auf eine zu geben, weil sich ja das doch sehr weit überlappt am Anfang. Und ich habe zwei Stricknadeln dafür genommen. Ich zeige euch ein Bild, wie es fertig ausschauen sollte dann. Es gibt zwei Versionen, eine lange Version, die geht ungefähr, Theo ist wieder hier, hallo. Eine lange Version, die, schätze ich mal, zwischen, kurz über den Knien aufhört und eine kurze Version. Ich habe mich entschieden, die kurze Version zu stricken. Da fehlen jetzt da unten noch acht Reihen und ein Bündchen und hier an den Ärmeln wird auch noch ein kleines Bündchen angestrickt. Na, Theo, komm. Und dann ist es eigentlich fertig. Verwendet habe ich wieder Drops-Wolle und zwar Drops-Nord in der Farbe 04. Das ist 45% Alpaka, 30% Polyamid und 25% Wolle. Gemeinsam gestrickt mit, da habe ich kein Knäuel mehr, das war mein letztes. Und zwar ist das die Drops Kitzilk in der Farbe 10. Das ist so ein Grau. Es geht ein bisschen ins Lila. Ich wünschte, ich hätte mir vielleicht ein neutraleres Grau genommen, dass da irgendwie besser dazu passt, damit es ein bisschen heller wird. Aber jetzt habe ich schon gestrickt und ich bin eigentlich mit dem Ergebnis so auch zufrieden. Also das ist die Drops Kitzilk. Besteht aus 75% Moher und 25% Seide. Das ist das erste Mal, dass ich mit so Moher stricke. Aber ich muss sagen, es hat ganz toll funktioniert. Irgendwie habe ich mich bei der Menge für die Wolle verdammt beim Bestellen. Denn wie gesagt, ich habe jetzt, wo ist jetzt das andere Knäuel? Da liegt der Theo gerade drauf. Okay, kann ich jetzt nicht zeigen. Aber ich habe vor kurzem erst ein neues Knäuel angefangen. Und wie gesagt, ich habe nicht mehr viel zu stricken. Und mir sind irgendwie acht von diesen übrig geblieben. Das heißt, ich habe mich da verrechnet. Selbst wenn ich das lange gestrickt hätte, wäre mir auch irrsinnig viel übrig geblieben. Aber kein Thema. Vielleicht stricke ich ein zweites und nehme dann einfach ein helleres Moher dazu. Ich bin schon gespannt, wie es dann fertig ausschaut. Ich zeige es euch noch einmal kurz. Hoppla, wo ist es vorne? Ja, genau. Also ein Bündchen. Und dann vorne dieser Überschlag. Ich finde das ein wunderschönes Muster. Also eine wunderschöne Strickanleitung. Das Muster ist ganz einfach. Es wird nur glatt gestrickt. Es wird unter den Ärmeln dann abgenommen, damit es so ein bisschen eine... damit es figurbetonter wird. Und eben vorne wird auch an beiden Seiten abgenommen, dass es so einen bisschen einen runderen Touch bekommt. Und ja, der Uma Cape von Egyo Knit. Ich verlinke euch natürlich wie immer unten alles Anleitungen und auch die Wolle dazu. Gestrickt habe ich es mit den Körper mit 5 Millimeter Nadeln und die Bündchen mit 3,5 Millimeter Nadeln. Ich habe mir am Anfang gedacht, dass es die 5 Millimeter Nadeln sind vielleicht ein bisschen zu groß für diese Wolle, weil es werden 3 Millimeter Nadeln empfohlen für die Drops Nord und die Kitz Silk. Was haben wir da? Schauen wir schnell. 3,5 Millimeter Nadeln. Aber mit dem, dass ich die dann zusammenstricke, finde ich, passt das eigentlich ganz gut. Ja, ich schätze, ich werde den heute vielleicht fertig bekommen. Ich hoffe, es geht sich mit dieser Wolle aus, denn das ist das letzte Restchen, das ich noch habe. Ich habe aber jetzt schon eine nachbestellt, für den Fall eben, dass sich das nicht ausgeht. Und wie gesagt, habe ich von der Wolle noch ziemlich viel übrig und werde dann noch etwas stricken. So, Theo. Muss ich das da runterlegen? Er liegt ja gerade auf der Wolle drauf. Die Katze, die liegt hier da unten bei mir, jetzt neben dem Sessel. So. Bis jetzt in jeder Folge vorgekommen, auch in dieser Folge. Ich stricke an meinem Murchered Sweater von Tria René Nitz Nummer 6. Oder? Genau, Nummer 6 ist das jetzt. Und zwar in dieser Farbe hier. Das ist so ein Grün. Und zwar ist das die Drops Lima in der Farbe 705. Und ich habe aber jetzt beim Bündchen mir erlaubt, das zweifärbig zu machen. und zwar von meinem anderen Nurture Sweater, den ich euch schon gezeigt habe in meinen anderen Videos. Und ich finde das so ein kleiner Hinkooker Eyecatcher. Ich möchte dann auch das Bündchen unten beim Körper in dieser Farbkombi stricken und auch oben den Mikrofon oben den Ausschnitt, damit es ein bisschen abwechslungsreicher wird. Ich habe wieder den italienischen Anschlag verwendet, wie bei meinem letzten Nurture Sweater auch. Für alle, die neu hier sind, warum mein sechster Nurture Sweater? Der erste war mir viel zu groß, der zweite war mir zu klein, der dritte hat auch irgendwie nicht gepasst, der vierte, ich komme jetzt schon ganz durcheinander mit meinen ganzen Pullovern, was war mit dem vierten? Der erste war zu groß, der zweite zu klein, den dritten habe ich hergeschenkt. Der vierte hat auch nicht wirklich gepasst, aber der fünfte hat dann gepasst, den zeige ich euch dann später, den habe ich nämlich fertig gemacht. Und diese werden jetzt nach diesem Anleitung, beziehungsweise nach meinen Notizen gestrickt. Ich habe hier so ein kleines Notizbuch, wo ich mir meine Strick-Sachen immer notiere. Und das ist eben dieser Nurture Sweater 5, den ich jetzt stricke. Da habe ich mir genau aufgeschrieben, wie viele Maschen beim Bündchen, wie viele Reihen, damit ich die richtige Länge bekomme. Ja. Und welche Größe ich stricke und alles ganz genau, die Abnahmen, die Zunahmen, damit er auch wirklich passt. Wobei, ich zeige euch dann bei dem anderen Sweater, den ich jetzt schon fertig gemacht habe. Ich habe wieder irgendwo einen Hund drinnen gehabt. Und zwar wird der von unten nach oben gestrickt und dann hier Racklan-mäßig abgenommen, unter den Achseln bis nach oben. Und wie schon bei meinem Vorhergehenden, bin ich bei der Abnahme irgendwie, komme ich da immer durcheinander. Dieses Mal hatte ich zwar die richtige Maschenanzahl vorne und an den Schultern, aber am Ende werden dann noch ein paar verkürzte Reihen gestrickt und irgendwie sind sich die bei mir nicht ausgegangen. Ich habe begonnen, die zu stricken und die haben sich hinten überlappt. Also ich hätte, ich habe viel zu wenig Maschen am Ende auf der Nadel gehabt. Ich habe sie dann gezählt und nach den verkürzten Reihen muss man noch ein bisschen abnehmen und hatte dann eine Endmaschenzahl und ich hatte aber, nachdem ich alle Abnahmen durchgeführt habe, schon diese Endmaschenzahl. Das heißt, ich hätte noch Abnahmen machen sollen, habe ich dann aber leider nicht gemacht, beziehungsweise ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich dann oben zu eng geworden wäre, habe die verkürzten Reihen auch ausgelassen und habe dann einfach das Bündchen, den Kragen oben angestrickt. Ja, aber der Pullover hat super gepasst. Ich zeige euch dann später bei meinen fertigen Objekten. Also hier noch einmal der Nurture-Sweater von Andrea Murray in einem Flaschengrün würde ich jetzt einmal die Farbe betiteln. So, das sind eigentlich meine zwei einzigen Sachen, die ich auf den Nadeln habe im Moment. Das eine wird fertig, der ist so ein Nebenbeiprojekt, der Nurture-Sweater. Kommen wir zu meinen fertigen Objekten. Da habe ich einmal den Sophie-Schal von Petit Knit. Den habe ich euch letztens gezeigt als noch in Arbeit. Und zwar sieht der so aus. Er wird von kurz auf einer Spitze zur nächsten Spitze gestrickt. Ich habe hier so einen ganz tollen Farbverlauf. Man nimmt immer zu, zu, zu und dann die andere Hälfte wieder ab, ab, ab. Ups. in der Kamera sehe ich gerade. Die Wolle, die ich dazu verwendet habe, war die Langian Frieda. Das ist 100% Merino extra fein und ich finde, sie hat einen ganz tollen Farbverlauf. Ich habe sechs Knäudel von dieser Wolle gekauft. Für diesen Schal habe ich jetzt drei gebraucht, das heißt, ich habe noch drei übrig. Ich werde da noch einen zweiten stricken. Der strickt sich nämlich auch ganz schnell und einfach so nebenher und den dann als Geschenk her schenken. Ich weiß auch schon, wer es bekommt. Ich werde es aber jetzt nicht verraten, weil diejenige, glaube ich, schaut sich diese Videos auch an. Ja, mein fertiges Objekt, der Sophie-Schal von Petit Knit. Wird täglich getragen, ist jetzt vorne nicht zu viel, also wenn ich mir jetzt da her tue, ich hoffe, das Mikrofon verzeiht mir das. Er ist jetzt nicht zu lang, zu wulstig. Ich trage ihn immer so, ich schlage ihn mal herum, dann kommt das nach vorne. Das obere schlage ich immer ein und dann wieder noch einmal gebunden. So sieht er dann aus. Ganz toll zu tragen, ich liebe ihn heiß, meinen Sophie-Schal. So, mein Nurture-Sweater. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, ich habe in der Vergangenheit von ihm gesprochen, also er hat gut gepasst. Ich habe ihn kurz vor dem Schieberlaub fertig gestrickt, gewaschen, geblockt, ihn anprobiert und er hat super gepasst. Bis auf das, dass ich eben, wie gesagt, wie vorher schon erwähnt, diese verkürzten Reihen nicht gestrickt habe, also dann wäre er wahrscheinlich noch super, superer gewesen. Aber ich war super happy, nachdem ich jetzt schon fünf von denen gestrickt habe, dass der jetzt endlich gepasst hat. Von den Ärmeln, von den Schultern, von der Länge, also wirklich perfekt. Ich habe ihn dann im Skiurlaub fast täglich getragen, während ich mit dem Hund spazieren gegangen bin. Ja, wir haben dann, als wir gepackt haben, die Schmutzwäsche einfach in einen Plastiksack gepackt und nach drei Stunden Autofahrt zu Hause angekommen, habe ich dann beschlossen, ich werde gleich die Wäsche waschen, habe diesen Sack genommen, habe ihn in die Waschmaschine geworfen, also ich habe ihn in die Waschmaschine, den Sack herausgezogen, habe das gewaschen und als ich die Wäsche dann herausgenommen habe, dachte ich mir, oh, verdammt, da war mein Pullover drinnen. Zuerst habe ich mir gedacht, ja, ist nicht so schlimm, weil ich habe den ersten Nurture-Sweater, den ich gestrickt habe, auch schon in der Maschine gewaschen und da war leider, oder war nichts, aber bei diesem Sweater, er hat sich leider, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, leicht verfilzt, also er ist jetzt nicht total verfilzt, ich kann ihn auch noch anziehen, er, ja, okay, würde ich jetzt nicht sagen, er ist hier an den Schultern, hier bei den Ärmeln ist er mir zu eng, Körper passt, aber er ist auch vom Tragegefühl jetzt nicht mehr so toll, weil es jetzt doch ein ganz dickes Gewebe ist, ja, ich könnte heulen, ich sage es euch, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, könnte ich heulen, weil ich nicht aufgepasst habe, die Farbe hat mir, also die Farbe gefällt mir super, er hat wirklich toll gepasst und alles und, boah, das könnte man echt in den Hintern beißen, dass ich nicht aufgepasst habe und den einfach in die Maschine geworfen habe, vielleicht liegt es auch daran, dass dieser ein bisschen verfilzt ist und der andere nicht, dass ich den anderen immer nicht mit so viel Wäsche gewaschen habe und da, der war halt doch zwischen den anderen Sachen in der Maschine drinnen und ist halt mehr, ja, bearbeitet worden in der Maschine. Im Internet liest man oft so Tipps und Tricks, wie man verfilzte Sachen wieder, ja, entfilzen will ich nicht sagen, denn 100% funktioniert das sicher nicht, kann, zum Beispiel, was ich ganz häufig lese ist, dass Haarspülung verwendet wird, also dass der Pullover, der verfilzte, in Haarspülung gewaschen wird und sich dann diese Verfilzung, manche sagen, komplett auflöst, wie gesagt, kann ich mir nicht ganz vorstellen und wenn man dann aber die Kommentare unter diesen Tipps liest, dann ist die eine Hälfte, die sagt, funktioniert überhaupt nicht und die andere Hälfte sagt, funktioniert super, ohne diesen Tipp wäre mein Kleidungsstück kaputt, hat mir das gerettet und pipapo, aber so, dass jemand sagt, hat ein bisschen geholfen oder hat ein wenig geholfen, gibt es eigentlich nicht, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht und da frage ich mich dann, warum funktioniert es beim einen, beim anderen nicht, okay, vielleicht die Faser, dass es andere Fasern sind, der Grad der Verfilzung, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht probiert, aber ich denke mir, mehr kann nicht passieren, ich werde es einfach mal versuchen, schlimmstenfalls ja, ich weiß nicht einmal, ob ich das auftrennen könnte, dass ich sage, ich verwende die Wolle wieder, weil verfilzt ist eben leider verfilzt, wie gesagt, echt zum Heulen, zum in den Hintern beißen, mein erster passender Nurture-Sweater von Andrea Murray, die Nummer 5 war das, ja, schade, wirklich schade, also ab jetzt immer aufpassen und nur mehr Handwäsche, die gestrickten Sachen, ja, hoppala, Theo hat sich jetzt erschreckt, ja, das, jetzt hat, Entschuldigung, die Kamera gewackelt, das war Theo, der vom Sessel gesprungen ist und beim Stativ vorbeigerauscht ist, so, ja, das waren meine fertigen Objekte, mehr sind es im Moment leider nicht, aber ich habe einige Projekte, die ich gerne anschlagen möchte und zwar sind das zwei, drei, wobei zwei sind dieselben, wo wir schon beim Nurture-Sweater waren, nachdem ich meinen verwaschen habe, habe ich mir die Wolle gleich noch einmal geholt und Gott sei Dank, weil dort, wo ich sie immer her habe, die war sie leider ausverkauft und bei ganz vielen ist sie ausverkauft, diese Farbe hier und ich habe sie aber wieder gefunden und mir gleich bestellt, weil ich möchte ihn auf jeden Fall noch einmal in dieser Farbe stricken, viele werden sich vielleicht denken, die spinnt, warum strickt sie denselben Pullover tausendmal, aber ich, mir gefällt das Muster, mir gefällt der Schnitt, wie er sitzt, jetzt nachdem ich weiß, wie er passend sitzt und deswegen wird der in dieser Farbe sicher noch einmal gestrickt, das ist die Farbe 9022, Drops Lima, und ich habe mir dann auch noch gleich diese Farbe gekauft, das ist die Drops Charisma, die sind zwar, das ist 50 Gramm 100 Meter und das ist 50 Gramm 100 Meter, aber wenn man schaut, irgendwie finde ich, dass die Drops Charisma ein bisschen dicker ausschaut, ich glaube, die ist einfach lockerer gesponnen oder verzwirrend, deswegen schaut die ein bisschen dicker aus, ich möchte das auch so wie bei diesem, wie bei dem hier, zweifärbig machen, also beim Rosanen möchte ich ein bisschen Lila drinnen haben und beim Lilanen werde ich ein bisschen Rosa dazugeben, also zwei Nurture-Sweater sind auf jeden Fall noch in the making, beziehungsweise der dritte eben, der, der auf den Nadeln ist, auf jeden Fall wird das ein Projekt sein, das mich vom Anfang an auf diesem YouTube-Kanal begleitet und euch und auch weiterhin begleiten wird, das wird wahrscheinlich ein Neverending immer Nebenprojekt von mir sein, irgendwie ist das so eine kleine, ich will jetzt nicht sagen Hassliebe von mir in diesem Pullover, aber ich will ihn endlich schön haben und auch tragen können und ausgiebig tragen, ja, also diese zwei Farben, das ist die Farbe 74 und wie gesagt, das ist die Farbe 9022, also zweimal diesen Nurture-Pullover und von Petite Knit den Lulu Slipover, den möchte ich auch gerne stricken, wenn ich den Oma Slipover fertig habe und zwar wird der gestrickt in folgender Wolle, einmal Regia Tweet, das ist ein vierfädiges Sockengarn eigentlich und das Ganze zusammengehalten mit der Dropskid Silk, die Dropskid Silk hat die Farbe 44, ich glaube, die nennt sich Moonshine, ich weiß nicht, ob ich das auf der Kamera hier erkennen kann, das ist so ein ganz helles Grau mit ein bisschen schwarzen Fasern drinnen, also es ist nicht ganz grau, sondern ein bisschen schwarz mit dabei und die Regia vierfädig Tweet in der Farbe 90. Diese zwei gemeinsam möchte ich gerne den Lulu Slipover von Petite Knit stricken. Irgendwie bin ich gerade so auf diesem Polundertrip, ich habe noch keinen fertigen, also ich bin noch nicht im Besitz, aber ich denke mir, dass so in der Übergangszeit vielleicht die ganz toll sind, wenn man jetzt drunter ebenso wie zum Beispiel auf diesem Bild hier einen Pullover trägt, einen leichteren und der alleine vielleicht noch nicht reicht, wenn ich zum Beispiel am Abend oder in der Früh mit dem Hund gehe, man muss sagen, ich gehe sehr früh in der Früh mit dem Hund, meistens um 6 Uhr und da kann es auch im Sommer ein bisschen frisch sein und ich denke, dass dieser Lulu Slipover beziehungsweise das Uma Cape ganz tolle Kleidungsstücke dazu sind zum Spazierengehen, zum einfach drüberwerfen. Genau, das sind meine zwei Strickprojekte, die ich gerne anschlagen möchte in nächster Zeit. Wahrscheinlich werdet ihr dann in meiner nächsten Folge schon sehen, dass sie angeschlagen sind, dass ich schon angefangen habe. Fertig glaube ich, ja, vielleicht 14 Tage kann sein, dass ich vielleicht fertig auch schon werden. So, und dann noch zu guter Letzt, ich habe da ein paar fertig gestrickte Sachen, die mir zwar gefallen, aber ich nicht wirklich trage, weil mich doch etwas daran stört. Aus meinen früheren Sendungen oder Folgen kennt ihr sie, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es der Oslo oder Stockholm Head ist und zwar gefällt mir da die Kante hier nicht, weil ich da einfach einen ganz normalen Maschenanschlag gemacht habe, und ich finde, die Kante ist dann so streng. Es wird der italienische Maschenanschlag vorgeschlagen. In dem Muster habe ich irgendwie überlesen. Ja, die Farbe finde ich super, die Wolle ist super, aber ich trage sie nicht, weil mich eben diese Kante stört. Genauso ist es mit dieser Mütze, die Farbe ganz toll. Da finde ich jetzt das Design nicht so prickelnd. ja, ich trage sie nicht, wie gesagt, auch, also schade. Und noch eine Mütze, Wolle super, Farbe super, das ist die gleiche Mütze wie hier, also ich weiß jetzt nicht, ob es die Oslo oder die Stockholm ist, ich verlinke es euch auf jeden Fall, damit ihr seht, damit ihr wisst, um welche es sich da handelt. Und der Unterschied, den ich da gemacht habe, eben weil mir hier die Kante nicht so gut gefallen hat, war, dass ich den dann einfach doppelt gestrickt habe. Also ich habe sie länger gestrickt und den doppelten Umschlag, aber mit dem, dass die Wolle jetzt eine dickere ist, ist dieser Umschlag ganz dick. Und das gefällt mir auch nicht. Also wie gesagt, Farbe gefällt mir, Wolle gefällt mir nur eben das Design nicht. Und da ist jetzt meine Frage, weiß ich nicht, aber ich werde die einfach auftrennen und noch einmal stricken. Ja, damit ich sie auch wirklich trage. Ich finde, es ist schade, wenn man diese Wolle hat und diese Stücke, aber sie liegen dann herum, weil sie, weil eben mich irgendetwas stört und ich sie deswegen nicht trage. Das heißt, ich werde ganz einfach diese drei Mützen auftrennen und noch einmal stricken. Diese, wie sie richtig gehört, eben mit dem italienischen Anschlag. Die gleiche Mütze dann noch einmal mit dieser Wolle, nicht mit doppelt, sondern auch italienischen Anschlag und einfach. Und diese Mütze wird auch aufgetrennt und dann mit diesem Design gestrickt oder ich schaue, ob ich vielleicht ein anderes finde. Sie ist mir auch ein bisschen zu groß. Ich habe es gerne eng anliegend bei den Ohren und diese ist doch ein bisschen weit. Ja, also das ist auch, wenn man sie öfter trägt, das ist natürlich normal bei Wollsachen, wenn man sie öfter trägt, mit der Zeit werden sie weiter, man wäscht sie dann, dann gehen sie wieder zurück in die Ursprungsform. Ja, also diese drei Sachen beziehungsweise sind es vier Sachen. Ich habe hier nämlich noch kurz, das ist der Nurture-Sweater Nummer vier liegen. Da habe ich nicht einmal noch die Enden eingenäht. Ja, der ist mir einfach zu kurz und zu eng. Ich trage ihn nicht, weil er eben nicht passt und ich finde die Wolle auch zu schade, das heißt, ich werde diesen auch auftrennen und ob ich dann in dieser Farbe den noch einmal stricke, ich glaube schon. Ich meine, ich habe diese Farbe für einen weiteren Pullover noch einmal liegen, aber vielleicht kommt irgendetwas ein anderer. Vielleicht stricke ich einen anderen Pullover. Uh, surprise, surprise. Interlasst mir gerne in den Kommentaren unten euren Lieblingspullover, falls ihr so etwas habt oder vielleicht habt ihr auch irgendein Strickmuster, das ihr ewig und tausendmal stricken könnt, weil es einfach so toll ist und ihr so verliebt in dieses Muster seid, so wie ich in meinem Wärtsschatzwetter. Ja, also wie gesagt, diese werde ich auftrennen und werde dann in einem späteren Video darüber berichten, wenn ich sie wieder fertig habe und ob ich sie dann auch trage. Ja, ob es sich gelohnt hat, die Mühe zu machen, das aufzutrennen und neu zu stricken. Ja, das war es dieses Mal von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat meine kleine Auswahl an Strickprojekten gefallen, meine angefangenen, also meine Work in Progress, meine Fertiggestellten, meine zukünftigen Pläne und auch diese Auftrennaktion, die ich dann starten werde. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like, also einen Daumen hoch, würde ich mich sehr freuen, beziehungsweise eben einen Kommentar. Gerne wieder schreiben, wobei ich euch begleite, während ihr mein Video anschaut, woran ihr gerade arbeitet. Ich finde das immer super spannend, wenn ich dann lese, was da gestrickt, gehäkelt, gewebt, gesponnen wird, während ihr mir zuschaut, beziehungsweise gerne auch Kritik hinterlassen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Ich bin, da habt ihr immer ein offenes Ohr. Ich möchte das gerne, wie soll ich sagen, ansehnlich machen, die Videos, informativ. Was interessiert euch, worüber soll ich mehr berichten, was hat euch auch nicht gefallen, was könnte ich besser machen? Gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ihr dürft natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn euch gefällt, was ihr gesehen habt. Darüber freue ich mich auch immer sehr. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, schönes Wochenende, einen schönen Wochenstart, je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut. Und wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder. Ich freue mich schon. Tschüss. Musik 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 Musik